So, äh, Koch? Hm? Maluk Support, was nämlich hier Marspies schon ruhen mit? Gar keine. Äh, Sunderlord. Gar keine! Ja, genau. Mach dir schnell eine leere Marspies-Seite. Das gehst du dann überall eins rein, also drei Punkte verwendest du. Ja, warte doch mal! Ja, warte doch mal! Ja, warte doch mal! Also, du gehst in den ersten Baum. Ja. Dann machst du, du machst Rechtsklick. Also nicht ganz normal anklicken, sondern Rechtsklick. Okay, ähm, damit du nur einen Punkt reinskillst. Was machst du jetzt bei jedem Skill einmal? Kann doch nur, äh, mit Linksklick. Nein, das geht auch mal Rechtsklick. Machst du nämlich nur einen mit rein. Ach, warte, warte, äh, Plus. So. So, genau. Also, hast du nur einen reinmachen? Kann doch nichts reinmachen, mit Rechtsklick. Nein, nein, du, du musst ja, du kannst ja nur einen machen. Junge, du musst banden, du Lappen, du musst banden! Nein, das war ein Witz, Junge, du nimmst einfach Penderlords irgendwas mit. Hey, reicht her! Wir gehen jetzt Dive hier. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt, ey! Wir schaffen das! Ach, lecker! Lo, nicht lecker! Ey, Hüßmann, ey, boy! Ja, ich muss dich da rennen! Hier, hier, wir haben mich. Ich kann dich nicht hören, ich kenne dich nicht so gut. Was? 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 Jawoll. Jungs, good job. Lass mal Drake, was ist das für ein Drake? Alter, war das ein nicer Kampf. Das war einfach sowas von Attacken-Spamming, Alter. Und hier, die Server sind gerade fresh gestartet, verlinkt oder? Ja, kann auch sein. Also, ich habe hier keinen Boden. Ach, jetzt ist er da. Wie kann man denn das Fahrzeug starten? Hä? Ach, oh Junge. Jetzt sitze ich auf einmal auf keinem Fahrzeug mehr. Was ist das? Was ist das für ein Bug? Och, das Spiel ist schon verbuggt, bevor ich überhaupt starte, richtig. Guck mal, ob ich auch aufsteigen kann. Oh, jetzt geht's los. Ich sitze in der Luft. Es geht los. Ich hab schon wieder alle Steuerung. Ich hab schon wieder... Ich wohl schon wieder geliebt aus. Boah, ich soll mit dort an jeden Fall spielen. Du musst und knifst. Aber wo gehen wir runter? Ab in die CD, oder? Alter, ich kann nicht. Alter, ich sitze in der Luft. Och, Mann. Das Spiel ist scheiße verbuggt, Alter. Ohne Witz. Ich mach einen Screenshot. Alter, ich weiß nicht. Aber warum ist dieses Spiel so verbuggt? Ich hab flüssig FPS, Alter. Und das Spiel ist einfach scheiße verbuggt. War das T? Ja, das war T. Zu früh, um das Fahrzeug zu verlassen. Alles klar? Ich sitze in keinem Fahrzeug, du Nacken. Ich sitze einfach in der Luft. Steige mal aus. Geht nicht. Ach Junge. Du hast gut das Fahrzeug zu verlassen. Warum sind nur 28 Leute hier drin? Keine Ahnung, die anderen sitzen in der Luft. Hast du schon eine Waffe, Anni? Ja, ich hab einen Bogen. Sogar ich hab eine Waffe. Ja, das ist keine Waffe. Nimm dir die erstmal, ja. Sogar ich hab eine Waffe. Was? Deine... Meine Hand. Ihr seht's? Meine Hand. Meine Eier, die in der Luft hängt. Die schmeißen's den Bogen weg. Das Eier, die... Leute, die alle kenn ich ja gar nicht. Ich glaub ich's noch. Meine Eier, die in der Luft baumelt. Ich schauke ihn durch die harte Luft. Hänge hol. Die ging gleich bis zur Erde. Äh, äh. Hast du noch ein Backpack? Backpack, Rucksack. Hör auf, Alter. Scheiße. Das ist ja auch kein Lied. Das ist einfach nur Aids. Ja, wenn er sein Wut voll hat, Mann. Da, wo sein Mana-Leiste ist. Lass mich doch hier raus. Wenn er das voll hat, das siehst du doch. Wieder nicht. De, 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 de. Engage ich gerade. Wahrscheinlich. Ich würde. Dauer noch. Oh, ja. Pass auf, Alter. Dauer, dauer, dauer. Oh. Das kennen wir. Hahahaha, Alter. Dies Outbladed, wenn man sehen muss. Noiii. Kein Ulti... Äh, kein Mana für die Ulti. Ganz ehrlich. Komm, Blinde, wir holen den. Komm, Blinde, Blinde. Da hab ich die Ulti da noch komplett gemisst. Oh, fuck. Hat Kata noch ult? Nein Oh oh, fuck Oh boy Was kommt ihm danach? Oh yes Greedy? Ja, so ist er Hat er aber ja so Ich glaub ich koch ihm gefroren, dass der auch so fixiert Schreib mal der doch so, es ist kein Bock Der hat einfach gewachsen Der hat gar keine Hone Der hat gar keine Hone Der hat gar keine Hone Der läuft aber auf dem rum Ich darf nicht mehr aufstehen Vor allem, ich laufe in ihm dran rum Mich da mal rein stellen Ich darf aber gar nichts davon lieben Wenn du dich auf mein Gesicht setzt, bin ich tot Oh mein, wenn... Vor allem, du fühlst das sieht so aus, als ob ich jetzt Darunter so zucken würde Der hat gar keine Hone Runter die Hone Der hatte Kragas in die Mord, wo er sich so auf den Boden setzt Das ist doch... und Rakan ist AP Suck my boys Israel ist gleich tot LEL LEL es war gut Neeeeee Ich hab bloß mal KDMR das war wohl die beste Ult die ich jemals gemacht habe Das war die niceste Team Ich hab wieder den nächsten Team geklaut Alter habt ihr eigentlich meine Uli eben gerade gesehen Ich hab 18 Assists Ja 14 14 Uli Ja auf Dichter Allora Craig Kreggemongo Kreggemongo Die wollen fliegen Der hat nur Magieresistenz gelaufen Mach mal Redemption Hab ich doch eben grad schon Hab ich doch grad schon alter ohne Witz Hab ich eben grad schon gemacht Egal lass mal Shisha Oh! Ohne Mist können wir das nicht finden Das war weggehen alter Wir haben übertrieben alter Ist das der Engage überhaupt? Wir haben grad das ganze Game gedreht Egal der 2 Teamfight war so boosted ne Jetzt mach doch kein Blubuff Aber du Rauch Ich will auch Backport, warum funktioniert das nicht Oh Leute guck mal die Base von denen an Alter 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 Wir brauchen nur noch mal Alter Bitte sei einfach mal ruhig Alter ich kann nicht mehr Das ist doch ein Gehinderter ne Alter War ich Er ist noch richtig boosted, Zed, Alter. Warum bin ich boosted? Warum nicht? Warum bist du nicht boosted? Guck auf meine Stats. Weißt du, wer boosted ist. 2, 3, 4, 20. Scheiße. Leckmamba. Leckmamba. Und dann heißt der Clan auch noch gay. Nein. Bleckmamba. Ich zeig dir jetzt mal meine Latte. Ja, das ist ne Bleckmamba. Oh, Junge. So her, Bono, Bono. Oh, Bruder. Komm her, Ostier. Ey, Tigger, voll easy. Du hast ja gerade aus meiner Q rausgezogen. Oh, mein Lieber, Alter. Du bist ne Bono, oder? Oh, wow. Oh, Junge. Lass dich voll mal ein Schalz-Ducken rein. Du hast ja erst Beschwerden und dann selber vergreifen, Alter. Ich hatte am Auto angegriffen und dann hab ich geschrieben, nebenbei. Wo ist denn Alistar-Movie? Hallo. Alistar-Movie. Was machst du denn da auch? Komm her jetzt hier. Ey, du sagst, dass er in Drake wollen geht. Ja, ich hab gesagt, Alistar kommt. Äh, 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 äh. Der Drake ist weg, Boys. Das ist Boni. Äh, wir haben aber abgebrochen. Yalla, yalla, haupt das da? Yalla, haupt das da? Nein, ich konnte den Alistar nicht rappen. Warum hat er mich in der Gleitete, Alter? Mir ist noch nicht der Bono irgendwo. Warum, Alter? Nur weil du so scheiße bist. Du bist nicht zurückgekommen. Du hast das gerade voll verkackt, Alter. Hab ich gar nicht. Natürlich, du bist doch gestorben und ich nicht. Es ist schon ganz ein richtig komisches Spiel hier, ne? Du setzt gar keine Attacken an. Du laufst einfach nur rum als Assassin. Ich bin schon ein Irrer. Lauf doch, geh doch da raus. Oh, Mann. Wo bist du langgelaufen? Ja, langgelaufen. Guck mal, komm mal. Wir spielen Punktegetten. Punktegetten tun wir aber nicht. Du nicht. Das ist fast nicht verfügbar. Ich bin Gold. Ja, ich bin kurz vor Gold. Du hast 1600, Alter. Du bist kurz vor Bronze. Genau so du bist ein Bono. Du bist ein Bono. Du bist ein Bono. Das ist doch so. Ich hab alle geklappt. Ich hab alle geklappt. Nein, hab ich gar nicht. Bin ich gar nicht, du Esel. Was lacht ihr denn solch? Wichser, Alter. Wichs? Wichs? Ich hab ich gar nicht verschluckt. Wischs? Wischs? Wischs, Alter. Wischs, Alter. Wischs, Alter. Schlipp, schlipp, ja, boah, mein Ullchen. Oh, what? Lol. Wusstest du nicht, dass das geht? Ach, machen wir den da oben? It's high noon.